Servus Leute, ich wollte euch auf diesem Weg hier noch schöne, frohe Weihnachten wünschen. Ihr habt mich jetzt ein ganzes Jahr begleitet hier auf YouTube und ja, es bedeutet mir einfach viel, dass ich euch auch noch frohe Weihnachten wünsche, hier auf diesem Weg und auf jedem anderen Weg auch noch. Ich werde euch sicher auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, irgendwo überall schöne Weihnachten wünschen und ja, verbringt den Tag, so wie es ihr ihn verbringen wollt. Seid nicht zueinander, feiert mit eurer Familie, tut euch nicht irgendwas beleidigen, tut nicht streiten, es hat auf dem Tag einfach was anderes, der Sinn dahinter. Ich hoffe, ihr schaut weiterhin brav die Videos über die Feiertage, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit füreinander, spielt schön. Ja, ich bin selber nicht da so aktiv, so richtig, ich mache jetzt ein paar Tage ein bisschen Pause von YouTube, von allen zusammen. Ich werde zwar alle zwei, drei Tage einmal oder jeden Tag vielleicht sogar hineinschauen, alle Kommentare so ein bisschen beantworten, durchschauen und so weiter und so fort. Aber ich bin halt nicht aktiv erreichbar. Ich wünsche euch hier noch einmal frohe Weihnachten, verbringt sie gut, verbringt sie, erholt sie euch, dass ihr wieder mit Datenkraft in den Jänner starten könnt. Und es wird zu Silvester nachher noch ein kleines Special Video geben, wo ich nochmal einen kleinen Rückblick auf das ganze Jahr hier werfe, was so 2014 passiert ist mit YouTube, mit mir und so weiter. Es gibt eben die Seabards, habe ich schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was so, ja, 2014, ja, das ganze Jahr auf YouTube passiert ist. Und es wird das aber noch einmal zusätzlich als kleines Special Video geben. Ich wünsche euch noch einmal, noch einmal, noch einmal, danke, 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 dass ihr da seid für mich, danke, dass ich da sein darf für euch. Danke und habt einen schönen Tag, noch einmal frohe Weihnachten und man sieht sich in einem anderen Let's Play. Frohe Weihnachten, macht es gut.